Eines Tages wird ein Mensch in dein Leben kommen, den du so nah an dich heranlässt, wie noch nie jemanden zuvor. Und auch wenn es dir Angst macht, sei mutig und lass es zu. Denn dieser Mensch wird dir mehr zeigen, als du bis dahin kennengelernt hast. Was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Dass du glücklich wirst?